So, jetzt ist die Frage, wie weit noch? Naja, einfach nochmal ein bisschen so... Ach, was haben wir denn da? Kenne ich das? Oder unten ist eine Fackel? Ah, ich glaube, das ist dieser... dieser Hintereingang. Da, wo mal dieser Tümpel... Kommt er hier hoch? Ne. Okay. Na ja, also auf jeden Fall war ich hier schon mal. Okay. Das maure ich einfach zu. Ähm, von wo kam ich denn jetzt überhaupt? Von hier. Okay. Ähm, dann geht's hier weiter. Ah, dann... dann... bin ich aber jetzt auch schon weit genug weg. Ja, okay, dann hole ich jetzt erstmal Glattstein und maure hier zu. Dann... Ähm, ist das Problem schon mal weg? Dann kann ich aber auch hier diese Erde wegnehmen. So, über uns ist auch Erde. Das soll auch weg. Da vorne ebenso. So, hab ich alles raus hier? Ne, da hab ich was übersehen. Da und da. Okay, gut. Äh, das kommt auch noch weg. Oh, Eisen. Hol ich nachher. Äh, Moment. Das kann da bleiben. Und das soll weg. Ach, ich mach das mit der Erde doch erst nachher. Ich muss schon wieder was essen. So, gut. Ähm, ich wollte Glattstein holen. Ja. Den Kies kann ich wohl auch noch... Ja, den will ich auch rausnehmen. Ich will da ja nur Glattstein haben. Vielleicht mach ich noch Verzierungen mit Balken hin. Da könnt ihr auch selbst mal... Äh, packen mit. Und, weil es mir gerade einfällt, kann ich hier mal... Ach, guck mal. Da haben wir Glas. Ja, das lasse ich jetzt aber da dran. Kohle und Brauchstein. So. Dann mauern wir das zu. Einfach mal das dann. Äh, da. Dann sind wir hier ungestört. Dann geht's mal nach oben. Dann buddeln wir uns nach oben. Ähm, da soll dann der Bahnhof hin. Moment, ich muss das aber auch auswählen hier. So. Also hier soll zu werden. Da und da. Und da. Über uns ist gerade zu. Das hier kommt weg, aber da kommt was hin. Ne, das... Ja, kommt dann nachher weg. Moment. Ne, das kann ja bleiben. Die Fackel kommt auch noch weg. Ähm, und hier auch. So. So, da über uns ebenso. Und da auch noch. Ähm, ja, dann werde ich jetzt, äh, doch hier wieder was weghauen. Aber diesmal jetzt ganz gut aufpassen. Ja, da, äh, genau, da kommen dann Stufen hin. Die Eisenbahn selbst kommt ja daneben hin. Aber ich muss ja jetzt irgendwo... Äh? Ach so, falsche Taste. Wie immer. So, das hier noch. Das. Aha. Wo sind wir denn hier rausgekommen? Ha. Direkt neben dem Pilz. Na, das macht nix. Und dann muss das hier auch noch ein bisschen weg. Aber das sollte ja sowieso noch irgendwann mal... Okay. Oh, Schaufel kaputt. Gut, lassen wir das mal so. Ähm, dann mach ich aber jetzt da wieder zu. Habe ich denn irgendwo Erde? Äh, hier. Ähm... Äh, das war hier. Ich mach's mal hier einfach... ...das dicht. Und dann sehe ich ja schon von unten, was da noch... ...wo da was... ...wo da was hin muss. Genau. Okay, da werden wir dann Stufen hinmachen aus Holz. Ach ja, ich kann ja... Oh, kommst einfach mal hier anfangen. So, das hier lass ich nochmal. Die Fackel kann weg. Ähm, es... Na, ist aber nicht verkehrt, hier nochmal eine hinzusetzen. So. Dann buddeln wir uns da durch. Ähm, da oben ist wieder Erde. Die muss auch weg. Jetzt machen wir aber erstmal alles der Reihe nach. Ja, ich bin gespannt, wie viele... ...ähm, wie viele... ...Schienen ich denn jetzt habe. Ist ja doch jetzt eine ordentliche Strecke. Aber bis nach Oberkleinwieselberg ist es ja noch viel weiter. Oh, da vorne kommt Kohle. Ähm, da über mir... ...ja, das da... ...die Erde muss noch weg, ja. Äh, kommt alles da rein nach. Oh, Eisen. Ähm, die Spitzhacke ging jetzt aber... ...schnell kaputt. Ja, ist eben so. Ich habe ja auch viel weggehauen. Jetzt will ich aber auch noch das Eisen mitnehmen. Na, komm. Leider nur ein Block. Naja. Was soll's? Ach, hier war auch... ...äh, Erde, ja. Gott. Und, wie weit ist es noch? Oh ja, ist noch ein ganzes Stück. Also irgendwie ist diese Effizienz auch nicht das, was sie mal war. Kommt mir... ...also kommt mir... ...also, keine so... ...langsam vor. Ah, einmal Kies. Aber nur ein Block. Äh, da kommt noch mehr. Noch mehr Kies? Nö, hier gerade nicht. Ich gucke gerade wieder auf den Bildschirm überall so. Ja, aber... ...Aufnahme läuft. Aber bis auf die Uhr, ja, die läuft gerade nicht. Ja, gut. Alles ist gut. Also, wenn wir hier so viel unterirdisch sind, dann wird... ...wird die Videogröße wieder kleiner. Weil... Ähm... ...weiß nicht. Irgendwie ist es dann wieder kleiner. Ja, das kommt wahrscheinlich dann von dem Himmel, der da nicht geändert werden muss. Und... Ah, das war zu viel. Und irgendwie ist das dann einfach weniger. Keine Ahnung wieso. Ähm, ist aber so. Habe ich ja jetzt schon häufig genug erlebt. Ah, ist auch gut. Vielleicht kann ich die Folge dann ja auch einfach mal ein bisschen länger machen. So, aber wie sieht es jetzt aus? Oh ja, wir sind gleich vorne. Das... Wir haben es gleich geschafft. Und dann werden ein paar Schienen verlegt. Bis dahin... Ah ja, wo wir dann wieder... ...ausbessern müssen. Und wie weit? Äh, noch neun Blöcke... Äh, noch sechs Blöcke. Es sind nur zwei hoch. So. Ähm, Schienen haben wir hier. Dann müssen wir vielleicht auch bald mal wieder in die Mine. Und, äh, Schienen abbauen. So, das soll auch weg hier. Und über uns ebenso. Äh, okay. Und dann auch noch hier. Ja, da muss leider die Fackel weichen. Ähm... Dann kommt sie eben da hin. So, okay. Jetzt kann ich dann den Rest wieder mit, äh, Steinen zumachen. Äh, wo haben wir die Steine? Ja, nochmal hier, da. So. Da, okay. Dort. Ah ja, das. Moment, da oben. Das so, okay. Wir kriegen das... Ne, der soll weg. Wir kriegen das schon hin. Okay, wunderbar. Hier, da auch noch. Und da, jetzt ist da einer zu viel. Der hier. So, und das soll ja auch weg, weil da, ähm, Holz hin soll. Ach, wenn das eben ist, noch da vorne. Und, muss eben was ausprobieren. Ne, das ist... Aha, jetzt habe ich eine Framework von knapp 60. Wenn ich jetzt wieder anfange hier. Ähm, Leipzig bei 60. Na gut. Sonst ist es über 30 oder irgendwie sowas. Egal. Äh, da muss jetzt wieder Glattstein hin. Da auch. Dann mache ich gleich mal hier den... Den Kies weg. So. Okay, dann... Ah, ich mache mehr Glattsteine. Da habe ich noch was. So, dann kann ich wieder Schienen verlegen. Wo haben wir sie? Da. Nichts vergessen. Ja, die Schienen sind bald alle. Da noch eine. So, und das war es an Schienen. Dann nehme ich gleich mal den Kies hier mit. Ich höre die Spinne. Oh, da war wieder eine Fackel. Die hauen wir dann gleich mal dahin. Ähm, Schaufel ist da. So, den restlichen Kies lasse ich aber drin. Ich baue das nicht ab. Moment, das hier muss ja auch weg. So. Okay. Dann geht es hier weiter. Ah, da kann ich hier mit... Habe ich Glattstein? Ja, Glattstein habe ich hier mit. Moment, falsche Taste wieder mal. So, hier. So, da, da und da. Okay. Weiter geht's. Na, komm. Das mache ich jetzt erstmal genauso lange wie... Äh, genauso lang wie... Die Schienen da vorne. Dann kommt da Holz rein. Oh ja, ich musste... Eisen noch abbauen. So, Holz, form mal Holz, 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 da. Auswählen, aber auch erst mal ein Brötchen essen. Na, komm. Und los geht's. Ja, das finde ich schön. Das ist ein schöner Steg. So, die Erde sieht man auch nicht mehr. Und da sind wir schon vorne. Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Also machen wir weiter mit... Ups, da ist doch noch was. Äh, mit, mit, äh... Rohstoffabbau. Ups, da, Moment, da war doch was. Da. Ja. Ne, das war richtig. So, haben wir da alles zu? Oh, nein, da ist noch Erde. Da ist noch Erde. Und dann kann ich jetzt hier gleich... Und... So. Die Kohle abbauen. Da noch. Äh, da kommt da sowieso wieder was hin. Genau. Okay. Ach, das war richtig. So, dann haben wir hier... Du, lass ich offen jetzt einfach mal. So. Einer zu viel. Ist da alles... Ne, da ist nicht alles zu. Oh, da oben will noch mehr. Komm hin da. So, dann ist das auch zu. Und noch mehr Eisen? Nein, leider nicht. Dann, äh, bleibt das eben dabei. Und dann haben wir hier noch mehr. Was haben wir denn hier? Ach, da muss einfach nur... Glattstein rein. Okay. Die Spinne nervt mich langsam. Ja, da haben wir... Und dann haben wir wieder viel Kohle. Und da noch... Ach, da unten auch noch was. Ist da noch was? Ne. So. Das kann aber jetzt alles wieder mit, äh... Bruchstand voll gemacht werden.